Hallo Ash. Hallo. Na, was haben wir heute zum auspacken? Ein Spider-Man-Ei. Ein Spider-Man-Ei? Da stehen vier Spider-Man-Eier. Und was noch? Und noch zwei Mickey-Maus-Packungen. Ein toller Sammel-Anhänger ist das. Okay, dann nehmen wir das nächste Ei. Oh, ein toller Sammel-Anhänger. Nicht mal gleich mit zu dem anderen Sammel-Anhänger dazu. Der dritte Sammel-Anhänger heute. Und auf zum nächsten Ei. Zwei mehr Ei Nummer vier. Vierter Sammel-Anhänger. Da sind die Spider-Man-Sammel-Anhänger. Oh, was zum Zusammenbauen. Okay, was kommt jetzt dran? Okay, was kommt jetzt dran? Vier Überraschungs-Eier sind da drin. Und dann wartet noch ein zweiter Karton mit Mickey Mouse-Anhänger. So, was kommt jetzt dran? Da haben wir dann die Kreisel. Mickey Maus. Da ist Mickey Maus. Mit einem Fußball. Da haben wir die Mickey Maus. Da haben wir die Flieger. Das ist Donald. Das ist Dagobert. Das ist Dagobert. Das ist Dagobert. Das ist Dagobert. Und jetzt kommt die Bedeutung. Jetzt musst du die Bilder drauflegen. Zum Beispiel hast du hier ein Känguru. Genau, da kommt das Känguru drauf. Was haben wir hier? Ist das ein Igel? Und hier? Nein. Oh, das ist richtig. Und da kommt das Känguru. Die andere Bilder sind auch noch. Genau, die sind auf der Rückseite. Da sind immer Füße. Der Baseball. Raben. Und ein Füße drauf stehen. Und ein Panzerknacker. Dann kommen wir zum nächsten Ei. Und auf zum nächsten Ei. Schlecht. Schlecht. Na mal sehen was da drin ist. Das sieht nach dem Auto aus. Ja. Ein Rennauto? So. Cool. So. Und schon sind die Aufkleber drauf. So sieht er aus. Na, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Hm? Dann. Einmal. Ein Auto. Ein Hot Wheels Renner. Dann. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Die Fußball spielt. Die Mickey Mouse. Panzerknacker. Mit Football. Das sind die Spiderman Sammel Anhänger. Vier Stück. Ein Vogelstrauß. Vogel spielt Basketball. Und die Dagobert beim Golfspielen. Genau. Ein Wurfgeschoss. Eine Wurfgeschoss. Und. Aufkleber. Und. Diese ganzen Aufkleber. Kleben wir. Hier. Auf diesem Zeichen drauf. Für jeden Tier. Kann man sehen. Wie schwer das ist. Wie groß das ist. Und was das Tier ist. Dann haben wir natürlich noch. Schokolade. 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 Ganz viel. Überraschungseischokolade. Wollen wir die Schokolade aufessen? Ja. 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 Abonniert. Aus. Vielen Dank.